Axel? Axel? Kann man kurz reden? Winter ist gar nicht. Und wo ist dein Problem mit ihm? Was ist dein verficktes Problem? Hast du sie gesagt? Hast du gesagt? Du bist nicht in mich verliebt. Du kennst mich doch gar nicht. Ich kenn dich. Ich bin einfach ehrlich wie er. Du bist auch in der Suche.